Okay, du bist deutsch? Sorry. Alles klar, Bro. Sorry. Paul, du bist bereit? Du hast anscheinend Sprechen verlernt. Gut, heute mit Stumm, Paul unterwegs. Nein, nein, nein. Ich wusste ja, ich stumm bin, aber ich wollte jetzt nicht in der Situation entstummen. Oh, als ob ich die Drecks-USPS nicht noch holen konnte. Hab ich denn nicht die Off-Life getradet? Ist der da alleine raufgekommen? Du kannst vom Gartenhaus über dem Baum aufs Dach. Die haben wir an. Die haben zu 100% an. Einer ist hier. Einer ist hier. Komm mal, der messert einen sogar. Mir haben wir so geisteskrank an. Du hast ne AK, Paul. Okay, der Typ ist interessant. Also dieser Stitch-Typ ist verdammt interessant. Man trollt doch auch jetzt nicht rein, wenn man nicht an hat. Mate, ich hatte mal einen Typen in der Runde, der hat uns Waffen gedroppt. Ja, moin, als ob dieser Drecksack eine AWP hatte. Ich hab den Typen immer noch in meiner FL. Was? Ist das für ein Idiot, Alter? Der Typ wollte tollen und das wollte er eine Minute und so lange halt. Bei mir zieht dieser Wasser direkt durch. Ich hasse den. Ja, aber es war doch wert, die Runde fast abgegeben um nachzuschauen, ob ich noch einen Typen in der FL habe. Na ja, also Runde fast abgeben ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Digger, es ist los. Warte, ganz kurz. Komm mal, komm mal, komm mal. Ja, Nick, wir sind gleich tot. Na ja, Schatz, mach was mal. Ich bin jetzt tot. Aber den einen noch gekriegt. Hä, das hat sich doch gelohnt. Alles recht. Nick, du hast es vorgeschlagen. Klar hat sich gelohnt. Als Entschädigung bringe ich dir eine Glock. Warte mal kurz. Ey, dieser Stitch-Typ hat halt legit an. Jetzt bin ich wieder da. Alter Schwede. WTF? Das Verlassen ist gerade für ein Shot. Vor allem dieses We-Smurf. Jetzt denken die wir haben an. Und das macht die vielleicht mad. Aber ist ja klar, die haben ein ganzes Leben ist sad. Deswegen passt das. Ah ja! Nein, ist er nicht. Er ist auf der Veranda. Das ist traffic-technisch gesehen, auch noch draußen. Bist du, er weiß direkt, wo, wann die... Ja gut, ich hab aber auch gestappt. Wie er uns alleine rasiert und sein Mate eigentlich nur trollt. Nein, Paul. Sein Mate trollt nicht eigentlich nur. Der steht Null in Acht. Wir haben mir gerade zweimal auf die Zunge gebissen. Ja toll. Ja. Das hast du schön gemacht. Trotzdem tut es mir immer noch weh, dass ich mir auf die Zunge gebissen habe. All around me are familiar faces. Hintereinander auf die gleiche Stelle gebissen. Ist ja so... McDonalds. Ich liebe es. Stitch hat un-hit. Nein, einer war vor der Veranda. Nein, der eine ist links und außen schön. Durch die Wanden Quickscope. So will ich das in Zukunft immer sehen. Aua, aua, aua. All around me are familiar faces. Ja, wie er an... wie er einfach an hat. Ich hab aber mehr an... Warte, kann das sein, dass ich ein besserer KD habe als unser Cheater? Sehr schön. So Runden sieht man doch gerne. Oh, weißt du was, wir müssen noch... Der obere war... Der obere war TNG. Ich glaub ihm trotzdem nicht, dass er clean da hochgekommen ist. Ja, du musst jetzt erstmal erklären, wie viele Like-Kommis und Abos wir sehen wollen. 122.089 Millionen. 11. Schaut unbedingt auf meinem Twitch vorbei. Schaut unbedingt auf meinem Instagram und Twitter vorbei. Da bekommt ihr immer Updates und so ein bisschen Stuff aus meinem Leben mit unseres. Und wer wissen will, wie abgefuckt meine Final Cut Timelines aussehen, der kann da auch was finden. Oder generell, wenn ihr mit mir schreiben wollt oder so. Insta, Twitter. Alles in der Beschreibung verlinkt. Deutschland weitermachen. Bis dahin. Ciao. Du darfst auch noch Tschüss sagen. Ciao. Deutschland. Du darfst auch noch Tschüss sagen. Auf Wiedersehen. Ciao. Willst du vielleicht noch Tschüss sagen? Ciao. Auf Wiedersehen. Wenn du willst, darfst du auch noch Tschüss sagen. Ich bin ja auch. Tschüss. Auf Wiedersehen.